Die Schlacht von Creven war ein Zusammenstoß der englischen und französischen Truppen am 31. Juli 1423 während des Hundertjährigen Krieges. Er endete mit einem Sieg der englisch-burgundischen Truppen. Nach dem Vertrag von Treus aus dem Jahr 1420 war es dem englischen König gestattet, das gesamte Land nördlich der Leure zu besitzen. Als Heinrich der Fünfte 1422 überraschend starb und den gerade ein Jahr alten Heinrich der Sechste als Nachfolger hinterließ begann die Feindschaft von Neuem. Im Frühsommer 1423 trafen sich zwei alliierte Armeen, die der Engländer und die der Burgunder in Nuxerre, um der Armee des Daufe entgegenzuwirken, die nach Burgund einmarschieren wollte. Die französische Armee beinhaltete eine große Anzahl von Schotten und stand unter dem Kommando von John Sturz. Die beiden Armeen trafen schließlich beim burgundischen Dorf Crevent an einer Brücke und an den Furten des Flusses Jonne südöstlich von Auxerre. Zusammen, die Streitkräfte des französischen Daufe auf der einen Seite des Flusses übertrafen die der Engländer auf der anderen Seite fast um die Hälfte. Ganze drei Stunden standen sich die beiden Armeen gegenüber, wobei sie sich gegenseitig nur mit Blicken niederzumachen versuchten, da keiner von beiden es wagte, den Fluss zu überqueren. Schließlich ergriff der Elf von Salesbury die Initiative und begann das Hüftrohe, etwa 50 Meter breite Gewässer unter einer Salve von Pfeilen der englischen Bogenschützen zu durchqueren. Gleichzeitig konnte Lord Willaufby de Leresby über eine schmale Brücke einen Durchgang zwischen den schottischen Soldaten erzeugen und damit die Armee des Daufe teilen. Als die Franzosen zu fliehen begannen, weigerten sich die Schotten das Gleiche zu tun und wurden zu Hunderten niedergemacht. 3000 von ihnen fielen nahe der Brücke oder des Ufers, 2000 wurden gefangen genommen. Darunter auch der Elf von Buchan und der Kommandant der französischen Armee, der Graf vom Vendome. Die französische Armee zog sich zur Leure zurück und ließ viele Gefangene und über 6000 Tote zurück. Mit dem Sieg bei Cravent hatten die Engländer die Spitze ihres Erfolges im Hundertjährigen Krieg erreicht.